Piermin Schwegler, heute morgen noch beim Medizincheck, jetzt ein roter. Ich habe vor allen Dingen das Vertrauen gespürt vom Trainer und den Verantwortlichen und das war mir in der Situation sehr wichtig. Natürlich kenne ich hier das Stadion nur zugute und weiß auch, wie toll es hier ist, Spiele zu spielen und ich hoffe, dass wir dann hier viele Spiele auch gewinnen. Für den Bundesliga-erfahrenen Schweizer ist Hannover kein Neuland. Ich kenne den Verein natürlich auch schon, habe das auch immer verfolgt, oft hier gespielt und schwere Spiele gehabt und weiß auch, dass hier richtig Alarm sein kann im Stadion und auf das freue ich mich am meisten auf die Fans und auf das ganze Team und von der Stadt habe ich auch noch Gutes gehört. Nach der Saison ist vor der Saison. Unser Neuzugang will sich für 96 voll reinknien. Ich werde mich natürlich zu 100% vorbereiten und dann auch hier mich reinknien, damit es eine tolle Zeit wird und dafür werde ich immer alles geben. Bis zum nächsten Mal.